Ich fragte mich, wie ich auf gute Art entwische. Ich hab noch ein paar Freunde bei mir zu Tische. Ja, bin ich nicht auch dein Freund? Ich komme zu dir, den Doktor lass ich warten, der rechnet jetzt mit mir. Der Himmel will, dass uns die Menschen lästig werden. Das wäre andernfalls ja viel zu schön, Affären. Der Mut, den Braut seine Zeit. Ach, Leute, bitte nicht. Erst Tag von 22, wo kommt ihr her? Sie kennen diese Leute und ihre öden Phrasen. Sie sind nicht abzuschütteln. Ach, sie bringen mich zum Rasen. Ich wusste dann sogar so tun, als ob ich ginge. Er sagte, dass er mich gern zum Wagen bringe. Dort hab ich mich befragt. Er ging, ich war allein und trat, um sie zu finden, beim anderen Tor herein. Um euren Ruhm der Gapel zu tradieren, bitt ich mir, euren Namen genau zu buchstabieren. Ihr sollt ihn morgen haben. Lebt wohl, Herr Karitidis. Lebt wohl, Herr Karitidis. von 30 anderen Seelen. Opfis? Halt! Stopp! Warten Sie! Die Ehre, nicht die Rache, ist dem Gott vertraut. So schütze ich denn das Leben des Vaters meiner Braut. So schütze ich denn das Leben des Vaters meiner Braut.